so wir sind wieder back in business wir haben hier schon ein bisschen geld zusammen seit ich selber habe ich gemacht ich versuche immer noch ein bisschen geld zu ziehen so gut wie es geht aber wir haben hier unsere süßen hier rumlatschen das verstand ist schon voll hier ist schon voll hier muss aber gehen modifizierte mal ein hoppen damit die bestandteil wir haben hier auf jeden fall den dino der wird hier gerade gemacht und ich gehe dieses risiko ein woher dann kann ich so schnell das gehege nicht umbauen das weiß ich was will die mit und leute ihr habt gesehen wir haben ein indominus rex bereitstehen in der letzten folge auf der anderen insel freigeschaltet ich habe auch die krankheiten freigeschaltet damit ich einfach jetzt war wenn man es kann dann solle man es auch so tun in die und ich finde ich soll das gehege größer machen ich habe nämlich so ein bedürfnis sturm da gehe ich hier aber schnell mehr aufbauen hier ich habe gesagt es gibt ein bestimmtes geräusch wenn ein riesiger sturm kommt ja ich habe es gehört ich habe es gehört ich habe es genau gehört und er rast genau mitten rein alter legt mich doch da war es mit mir da alles kaputt ja fetzt durch die jeeps weißt du gerade ruhig wie durch die jeeps fetzen ich habe nichts dagegen solange dieses gehege da in ruhe lässt ist mir das egal fährst du ja nicht hier runter durch ich sag's ja ich mach dich alle ich mach ich kann nicht alle nein mein strom nein das darf ich alles reparieren der geht hier wie den fußgänger runter alter legt mich doch du scheiß sturm du pest du nix du bist scheiße du bist schon nicht schon nicht schon nicht ich darf alles reparieren ich geh in dem brot rein und er geht hier gerade durch er geht hier geradewegs durch ah der geht hier geradewegs durch ah schön mach ich alles kaputt hab kein problem hau ab ja ich könnte hier oben mal ja hau ab so wo ist der schieb weg 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 so ich habe jetzt irgendwie in das gehen freigeschaltet ich habe jetzt irgendwie in das gehen freigeschaltet oh warte aber die skin die fällt mir so ach man alles mit meinem reparieren im leben ich bin ihr könnt wieder raus alles ist vorbei ich habe hier alles repariert ja der kasten hat strom und du kannst weiter vorsehen lecker mit dem bockchen wir haben gerade keinen strom das ist mir klar das ist mir durchaus bewusst dass wir keinen haben oh wir haben eine neue wand das ist interessant so die viecher nehmen zu dem anderen ausbrechen ist mir das ruhig dann haben sie ihr eigenes schicksal besiegt bin ich ganz ehrlich die 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 Ich wette mit dir. Ach, das kann ich. Ist klar. Ist klar, Juni. So. So, wir nennen jetzt auf jeden Fall den Zaun. Versuchen zu machen. Oh, diese Scheiße in dem Graus. Ich habe doch noch gar nicht... Was soll denn das? Fahre ich gar nicht mich selber. Dass du auch nicht hier runterziehen kannst, ne? Ist auch so wie. Scheiße. So. So. Das machen wir so. Dinos, sie brauchen ein bisschen mehr Platz. Wie scherlich ich bin, dann behalten wir sie auch. Reagieren. Arsch. So. Müssen wir jetzt gucken, dass wir die dann... da reinge. Klaus... äh, Klappazitine. So. Hier haben wir bestimmt was gefunden, die gibt es. Dann gehen wir mal gucken. In der Tat. Sie haben was gefunden. Aber nicht das, was ich suche. Nach sowas suche ich. Aber gut, Geld ist Geld. Man solle nicht wählerisch sein. So. So, dann haben wir das auch mal. Jetzt kommt sowieso das Lustige. Dann mache ich jetzt nämlich was anderes. Ich muss mal da speichern. Und im Sturm habe ich die Schnauze voll. Also das Sicherheits, äh, ob der Sicherheitsspeicher, äh, weil ich die Befürchtung habe, dass da was ausbrechen wird. Und wir werden erst der Typ wieder freilassen. So, Junges. Bist du frei? Ich stecke dich wahrscheinlich die Tür öffnen. Komm mal hier rein. Komm mal hier ran. Geh hier hin. Geh einfach hier hin. Das macht mir so schwer, als es ist. Ja, komm mal hin, Kleiner. Komm hier hin. Du wirst ihm der Hunger geben. Dass er kommen will. Na, geh. Tor schließen. So, wie sieht's aus? Dir fällt Wald. Ups, wo sieht die Wald? Äh. Den anderen ist das interessant. So, da ist kein Grasland mehr. Oh, Mann. Hier, bitte. Ah. Geht das schon wieder los? Ja, ich kann keinen Baum richtig setzen. Das ist das andere Problem. Das ist scheiße mit dem Baum. Egal, was sind wir denn auch noch frei. Der braucht ein großes Gehege, der Junge. Ich muss nie, was will der denn von mir. Vielleicht soll ich so, sie müssen sich wohl sehen. Das ist eine unserer größten Herausforderungen. Diese Tiere wissen, dass ihr Gegenstück existiert. Trotz der räumlichen Trennung. Raubtier und Beute. Eines lebt in Frustration, das andere in Angst. Stellen Sie sicher, dass alle Feldschrifter zusammen untergebracht sind. Da sind sie doch. Ja, geh raus. Ja. Verschließen. Dein Ernst? Wie ist das dein Ernst? Die verdragen sich doch nicht. Deiners brauchen auf jeden Fall drei Stück. Ausguttempo. Machen wir mal höher. Wenn die sich gegenseitig nicht umbringen, ist mir das egal. Ich habe mich nicht zu kümmern. Seht wohl. Du bist schlauer. Geh weg. Nein, jetzt lauf doch nicht. Ich werde noch verriegt. Ich werde noch verriegt. Ich werde noch verriegt. Lauf um dein Leben. Jetzt lauf nicht dahin, du Schwachkopf. Oh Gott. Die arme Kehl. Die arme Kehl. Die arme Kehl. Das ist nicht euer Ernst, dass du sowas noch mal hast, ey. Die Alte, die hat Wünsche. Du kannst mir glauben, die Alte hat Wünsche. Das gibt es gar nicht, ey. Das ist nicht euer Ernst, das ist nicht euer Ernst, die raufreißen. Ich bin sicher, dass ich dir gleich in der Fress gebe, Junge. Das arme Tier, ey. Das arme Tier. Ich könnte noch nicht mal rein, weil ich noch nicht mal ein Tor gemacht habe. Das arme Ding, ey. Du fühlst dich nicht geworgen. Ich muss was dagegen machen. Und zwar Bronto. Dann brauchen die denn noch. Mein Fresse, ey. Wo ist er? Verstanden. Vertäubt den mal. Auf den da muss ich aufpassen. Dann bitte nicht zu dem Fetten. Dann bitte nicht zu dem Fetten. Ich muss die sicher einbauen. Wenn ich das mache. Wo ist er denn? Sieh ihn nicht. Nein, jetzt renne ich schon wieder irgendwo hin. Oh, herrgott. Tut mir leid, aber ich muss nicht einbunkern. So. Oh, Gott. Niki, schlaf hin. Los. Gott. Der Omi, Kier. Oh, Gott. Das ist mir krass. Ah. Oh, Mann. Immer diese Tierquälerei, ey. Die geht mir gar nicht ab, ey. Diese Tierquälerei. So, der Anna ist jetzt mal frei. Die Anna kann ich jetzt. Die kann ich jetzt freilassen. War ja so. Da hat er immer nur drei gebraucht. Da hat er nur drei gebraucht, der Kniltsch. Ja. Ich bin ja ernst, ey. Hnaufen, dein Leben. Ich habe kein Sozialverhalt mit dem Ding. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Hast du das? Produkt wird transportiert. Ich werde diese Alte noch töten. Ich werde die Alte noch töten. So. Gibt es das? Ne, gut. Hätte ich schon mal nicht mehr. So. Aufträge. Neuer Auftrag. Ne, ich sehe. Okay, wir machen. Ich kriege ein bisschen Geld. Dann ist es fast eine. Unter den Dinos breitet sich eine Krankheit aus. Wir müssen die Sache in den Griff bekommen. Muss ich Sie daran erinnern, welche Investitionen Sie mit dieser Krankheit aufs Spiel setzen? Fehl der Aufgabe hinzu. Ja, das denke ich mir bei dieser blöden Kuh auch. Boah. Ich muss so eine Krankheit verhören. Ich habe eine Krankheit mit dir. Du bist die Krankheit. Mann. Komm, wir müssen das machen. So. Aufgabe erhalten. Was die Alte immer will, ey. Wirklich, Mission abgebogen. Ging ja schnell. Die Jeeps sind ja, die B, die haben ja nie Druck. So. Ich schieße es gleich selbst. So, jetzt hat es mich dazu gebracht. So. In Reichweite des Produkts. Fehlschuss registriert. Gut gemacht. Hä? Neues Produkt entdeckt. Wo sind sie denn? Ich habe das Gefühl, du spielst gerne Gott, oder? Herrgott nochmal. Ich habe das Gefühl, du spielst 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 Ich bin auf einer schwierigen Mission! Wo sind denn die Kranken? Einmal. Zweimal. Ich habe dann irgendetwas gebrochen. Oh, die lassen sich so schnell schießen. Oh, geh mal weg, ey! Du nervst! Oh Gott, das... Schießt ja gleich aufs Podest in den Arsch! Ich habe Glück, ich habe so viel! So! Oh! Oh, Ian, du gefällst mir! Du gibst dir Saures! Flammenwerfer trifft wirklich gut bei dir! Ich würde sagen, danke fürs Zusehen! Ich würde bis zum nächsten Mal, ciao!